Ich werde mal jetzt Gasel spielen, eine Runde. Ich werde Gaseln. Alibi. Du musst ja auch immer ein Alibi haben. Das ist richtig. Dann spiele ich Legion. Mhm. Genau. Ja, so ist das. Ah ja, hier ist ein Paar so. Wie tun wir das? Nehmen wir das Bad hier mit? Das habe ich kaputt gemacht. Ah, da oben stehst du ja gut. Das ist ja sehr gut. So, ein Ding habe ich noch über. Ja, na ja. War MyCloud mein Spot? Wirklich. Was erlaubt? Da gehe ich da oben. Was erlauben? Strons. Genau. Oh, shit. Oh, shit. Könnte ich die Ding kaputt machen? Na ja, gut. ich glaube hier mal vorne laufen auch noch mal füße Idiot. Er hat auf mich gezielt. Ach, im Nebenraum ist Jana. Nebenraum? Was war das denn für ein Nebenraum, bitte? Ganz andere Richtung, quasi. Der große Nebenraum, nicht der kleine Nebenraum. Ich hatte das Bad mit dem Nebenraum identifiziert, weil Kali da was kaputt gemacht hat. Im Bad war sie auch. Ach so, von da hat sie aber nicht geschossen. Doch. Ah, da war der Fehler. Ich gebe zu, der Kräuter... Okay, Mattis, weil da liegt ja noch was und der Samy steht hier ganz gut. Dann bist du so Speck-Up vielleicht. Ich meine, der hat ja noch eine Zweitwaffe, ne? Der kann man ja doch ganz gut umgehen, aber... Ja, gut, das stimmt. Ich gucken. Ja, oder so. Gut. Das geht natürlich noch gut. Sehr gut. Sonst hätte sie zwei Sekunden noch warten können. Aber die Frage ist, hätte er die Geisel in der Zeit hochbekommen? Ja. Ich glaube ja, erst wenn er sie in der Hand hat. Das stimmt. So, machen wir mal ein Echo. Echo. Gib mir ein Echo. Echo. Beide und exklusiv. Die Streamy Voice Weihnachtsplatte. Mit allen Songs der Streamy Voice. Mhm. Sie ist Boys. Ja. Genau. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, hier liege ich ganz... Okay. 10 Sekunden remaining. Horf ich. Mal sehen. Wenn Castle da noch zu mir geht, der wird er natürlich super finden. Da kommen wir. Ja. Da wird durchgefused. Ja. Da auch. Durch das Fuse-Loch. Sehr schön. Auch durch das Fuse-Loch. Ah. Auf der Treppe ist jemand. Auf der Treppe ist jemand, sagst du? Blitz. Ah, cool. Yukai-Schall-Impuls-Assist. Da sitzt er. Jetzt hier in der Ecke. Warte mal, ich gehe da noch mal hin. Der andere war unten gerade. Der andere kam von der Treppe. Ja, jetzt sind zwei oben. Einer ist auf der Leiter. Unwünsig. Fuck. Der eine ist wieder runtergegangen, den anderen sich nicht. Jetzt ist er wieder oben. Hier so. Der andere ist halt Blitz jetzt, ne? Ja. Ja. So, da kommt der. Der läuft hier die ganze Zeit hin und her. Noch eine Granate. Also wenn Kassel und er das Spiel noch eine Minute durchziehen. Haben wir gewonnen. Nein, Kassel. Nein. Aus. Der ist jetzt hier. Cool. Ich habe richtig Lust zu. Füße, ne? Er setzt jetzt hier was an an deiner Wand. Jetzt rennt er wieder weg. Du musst doch leider auch ansetzen. Ja, nix. Nein. Ja, es... Die Blitz ist doof. Oh, da hat er nichts mehr, ey. Shit. Wie hat der mich denn da getroffen? Hä? Hätte es weiter hinten stehen müssen. Das Blitzding hat eine relativ niedrige Reichweite. Ah, okay. Ja, das hätte ich wissen müssen. Naja. Ja, ich habe auch nicht dran gedacht. Das ist richtig. Das stimmt, allerdings. Das stimmt. Gucken wir doch mal. Und sie sind da, wo wir gerade waren. Das stimmt. Und treu ich mal nach oben. Da war auch eine Treppe. Aber wir haben die Geist ja schon gefunden. Dann ist das aber egal. Da. Shit. Ich bin da. wo wo ich habe keine ahnung gegenüber ist nirgends ein loch muss von irgendwo da kommen jetzt war da wer und da hinten ist eine tür auf der wand aufgegangen von wo jetzt jetzt noch mal durch das fenster noch mal durch da war ein kleines loch in der anderen wand drin dass wir von unserer position aus nicht sehen konnten durch das hat es geschossen hat sie geschossen holy moly aber da hat auch die geise getötet nice richtig gut glück gehabt ja ich hätte auch gedacht das zählt als win für die weil erst mattis und dann die geisel gestorben ist ja ja aber nein genau sehr gut so weiter geht's nicht mal unten wenn sie mich noch mal um die sind unten sehr gut auch ein bisschen anders nebenan quasi genau da sind sie so nicht die 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 ich habe eingetragen abgelenkt ja perfekt so muss das sein ja guck an wunderbar perfektes team und lange nicht mehr gehabt so eine geile gerettet